Willkommen zurück bei Europa Universalis 4. Wir schreiben den 20. Dezember 1613. Es ist immer noch, nee, es ist das Zeitalter der Absolution. Wir sollen einen Religionskrieg gewinnen, haben wir schon gemacht. Potenzial einer großen Armee haben wir auch schon gemacht. Das sind alles Sachen, die wir machen können. Mängstens ein Tropenlimit von 200 haben wir auch. Der Kaiser von China sollen wir werden. Ja, das wird nichts werden. Ein Absolutismus von mindestens 90 erreichen. Interessant. Fünf Universitäten oder mindestens drei unterschiedliche Handelshäuser sollen wir haben. Das sind alles Aufgaben, die wir hier lösen können während dieses Zeitalters, um Punkte zu bekommen, um hier Boni freizuschalten. Naja, schauen wir mal. Wir sind auf dem Weg der Weltherrschaft, Sanni. Wir integrieren hier gerade Portugal. Das ist ein Problem, weil wir haben da doch kaum diplomatische Macht, muss man sagen. Schaut mal, wir haben neun diplomatische Beziehungen. Neun und wir können nur vier haben. Und wir haben neun. Wir müssen dringend die möglichen diplomatischen Beziehungen erhöhen. Nicht Erziehungen, Beziehungen. Ich glaube, das geht hier, oder? Hier, genau. Wenn wir das hier freischalten, haben wir diplomatische Beziehungen plus eins. Das wird auch schon mal gut. Das Problem ist, das können wir nicht freischalten, weil wir dort 407 Diplomatiepunkte brauchen. Und das würde uns 400 Monate, also im Moment 400 Monate ungefähr dauern, bis wir so viel erreichen. Das sind, Gott, viel zu lang. 30 Jahre oder sowas? Ich glaube, 30 Jahre dauert das. Dankeschön, Bene, für das Prime-Abo. Dankeschön. 16 Monate schon dabei. Wahnsinn. Wo bin ich denn gerade? Ja, genau hier. Also wir brauchen eigentlich Diplomatiepunkte, um das hier freizuschalten, um dann Portugal besser integrieren zu können. Das wird echt schwierig. Das wird echt schwierig. Wir müssen mal gucken. Genau, dann kommen wir hier natürlich auch nicht weiter. Hier sind wir erst auf Stufe 15, wo wir bei den anderen schon auf Stufe 17 sind. Das ist sehr, sehr schlecht. Also wir können entweder die Integration von Portugal abbrechen. Das dauert aber auch schon 4.693 Tage, also schon über 10 Jahre machen wir das jetzt schon. Puh, also es wird schwierig. Es wird schwierig. Sind wir immer noch exkommuniziert eigentlich? Ja, wir sind immer noch exkommuniziert, weil die Kirchenstadt mag uns auch nicht. Wir hatten Krieg oder, ja, wir waren im Krieg mit dem Kirchenstadt. Wir können aber hier mal die Beziehungen verbessern. Das können wir mal machen. So, 33 Jahre. Oh, Wahnsinn. Dankeschön fürs Ausrechnen. Also im Moment sind wir hier im Krieg um Mailand gegen Österreich. Und es wird der letzte große Krieg werden jetzt erstmal. Wir müssen dringend gucken, dass wir unser Land dann wieder konsolidieren und auch das Problem mit der Diplomatie hier in den Griff bekommen. Das wird ganz wichtig. Wir versuchen gerade, diesen Bereich hier von Österreich zu erobern. Wir sind eigentlich gar nicht direkt im Krieg mit Österreich, sondern indirekt im Krieg mit Österreich. Wir sind eigentlich, wollen wir Mailand erobern, aber Österreich hat sich natürlich als Kaiser mit eingeschalten. Wir stehen auch ganz gut da. Schaut mal, wir haben hier insgesamt, das ist unsere Seite, insgesamt zu um die 500.000 Soldaten. Und Österreich hat insgesamt so um die 60.000 Soldaten. Also wir sind im Verhältnis 1 zu 10 überlegen. Das Problem ist nur, dass Österreich immer noch nicht einen sieht, verloren zu haben. Das ist das Problem. Ja, also sie haben immer noch einen Kriegsenthusiasmus, der hoch ist. Weil Österreich immer noch Wien hält zum Beispiel und weil sie Verbündete im Krieg sind. Das müssen wir jetzt endlich mal beenden. Aus diesem Grund, also Augsburg haben wir schon raus, Augsburg war hier, die haben wir schon raus. Aus diesem Grund erobern wir oder versuchen jetzt hier diese österreichischen Gebiete zu erobern. Wir müssen natürlich verhindern, dass Österreich hier Sachen zurückerobert. Das ist das Problem. Die kann ich jetzt hier nicht abziehen. Aber theoretisch können sie hier fast auch zurückerobern, dann erobern wir das halt auch wieder. Das ist kein Problem, das kriegen wir hin. So, was ist los? Frankreich verließ die Koalition gegen uns, das ist interessant. Und Trient auch. Und Venedig auch. Das ist schön. Ja, es gab eine Koalition gegen uns, weil wir hier Stücke von Genua erobert haben. Im Moment ist eigentlich nur noch Würzburg in dieser Koalition drin, wie es ausschaut. Ja. Also Würzburg als einziger, das dürfte uns jetzt nicht gefährlich werden. Gut, dieses Stück hier von Griechenland haben wir erobert im letzten Krieg gegen das Osmanische Reich. Da gibt es jetzt hier natürlich Unruhen. Wie lange ist denn noch der Friedensvertrag mit dem Osmanischen Reich eigentlich? 1619, also noch sechs Jahre. Das müssen wir, also bis dorthin müssen wir dann auf jeden Fall wieder erstarken. Also so wie wir im Moment dastehen, das geht nicht. Ich habe hier noch Männer stehen, 20.000 Mann müssten hier noch irgendwo stehen, oder? Ja, hier, genau. Ne, das sind nur 3.000. Hier stehen 20.000 Mann und die werde ich jetzt auch rüberholen. Die brauchen wir jetzt auch in Europa. Gut, die schaut es mit dieser Flotte aus. Die ist voll fit, wunderbar. Die müssen wir rüberholen. Da müssen unsere, ja, hier unser Kolonialreich, die müssen selber dafür sorgen, dass hier keine Unruhen ausbrechen. Wir brauchen die Leute jetzt in Europa. Das geht nicht. Geht nicht anders. So wollen wir noch Armeen. Haben wir hier noch irgendwo eine Armee stehen? Nein. Gut. Okay, ähm, hier, ja, da sind Verbündete, Burgund, Portugal und so weiter. Ja, ich befürchte fast, äh, ah, Würzburg hat auch die Koalition verlassen. Ich befürchte fast, Pavia wird wieder in Österreich gefallen. Mailand möchte einen Frieden und zwar, ja, ja, Kriegsreparationen, das lehnen wir natürlich ab. Wir wollen eine Annexion von Mailand. Das wird aber nicht gehen, solange Österreich mit dem Krieg ist. Also wir müssen erst Österreich rauskegeln. Hier wird übrigens auch von Burgund erobert. Das ist gut. Wir lagen von Pavia, haben wir verloren, ja, blöd. Das kostet uns natürlich die Menge Kriegssstand. Weil Pavia, glaube ich, auch das Kriegsziel war. Und diese Armeen, die sind jetzt frei geworden. Und die werden jetzt wahrscheinlich hier oben angreifen, ich bin gespannt. Ich hoffe nicht, dass sie hier siegreich sein werden. Hatten wir hier nicht auch? Ja, hier hatten wir nochmal 30.000 Mann. Die werden wir hier nach Norden ziehen. Die wurden kurz, bevor wir aufgehört haben zu streamen, letztes Mal, wurden die geschlagen. Erinnere ich mich. Aber diese 1.100 Mann, die können wir uns jetzt vielleicht schnappen. Gut, wie schaut es denn mit den 20.000 aus? Ich meine, wir könnten die trotzdem auch hier lassen, oder? Amerikanische Armeen, ja komm, wir lassen die hier. Das bringt jetzt nichts, die rüberzuholen. Wenn wir die rübergeholt haben, dann ist der Krieg wahrscheinlich schon vorbei. Diese Überfahrt über den Atlantik wird uns einfach nur noch Männer kosten. Das ist schlecht. So, hier haben wir eine Spinagenetzwerke in Calisco. Offensichtlich haben die noch Goldprovinzen, die wir haben wollen. So, kommen die jetzt hier oben an. Ich sehe die Österreicher nicht. Ich versuche natürlich jetzt hier die Eroberungen zu verhindern, aber das wird ihnen nicht gelingen. Denke ich mal. Doch, hier kommen sie an mit 51.000 Mann. Ich glaube, warum wir so schlecht in den Schlachten gegen Österreich sind, hat folgenden Grund. Von der Technologie sind sie genauso weit wie wir, auch 17. Aber es kann sein, dass sie eine Idee haben, nämlich eine Idee, die ich auch eventuell nehmen wollte, nämlich die qualitative Idee. Und dort werden die, unsere Truppen werden dort besser. Oder die offensive Idee, ich glaube, die war das. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob Österreich eine dieser Ideen genommen hat. Schauen wir mal. Die defensive Idee haben sie. Okay. Die defensive Idee haben sie alle sieben. Schauen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Aha, Größe Garnisonen steigt dadurch. Verstärkungsrate der Regimenter steigt. Festungsverteidigung steigt. Ja, das merken wir. Manöver Armeeanführer. Moral der Armee steigt. Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, warum wir auch ständig verlieren. Dass die Moral der Armee einfach höher ist. Ja, aber das kriegen wir hin. Wir müssen Österreich jetzt einfach in die Knie zwingen. Ihr seht schon, hier sind überall Eroberungen am Laufen. Wir müssen einfach gucken, dass Österreich, Herr Österreich kräft uns jetzt an. Die meinen jetzt, dass sie Überwässer haben. Und diese portugiesischen Brasilianer hier, die stehen die ganze Zeit schon, die während dem ganzen Krieg stehen die hier blöd rum. So, ich bin gespannt. Sie werden uns angreifen. Sie werden wahrscheinlich auch gewinnen, schätze ich. Aber es wird ihnen trotzdem wieder Männer kosten. Aha, hier kommen 16.000. Die kommen nicht an. Die kommen nicht, weil sie schon wissen, dass wir hier verlieren. Aber ist egal. Dann verlieren wir halt. Zumindest, oh, schaut mal. Hier werden wir auch angegriffen. Und hier verlieren wir auch. Das gibt es doch gar nicht. Russland hat Norwegen den Krieg erklärt. Das ist auch interessant. Warum verlieren wir hier auch? Das gibt es doch gar nicht. Also irgendwas macht Österreich sehr richtig. Weil wir haben hier einen super General. Verstehe nicht. Weil das war, glaube ich, eine kleine Armee. Und trotzdem verlieren wir gegen die. Und hier verlieren wir auch. Das müsste aber... Oh, nee. Hier haben wir sogar doch gewonnen. Sehr gut. Hier haben wir sogar gewonnen. Die Schlacht von Pisa haben wir gewonnen. Und hier verlieren wir. Die Schlacht von Kur haben wir verloren. Ja. Na gut. Da wir hier gewonnen haben, würde ich sagen, wir gehen mal hier rüber. Österreich hat Achäa besetzt. Hier hinten. Ja, hinten in Griechenland. Versuchen sie da irgendwas zu besetzen. Keine Ahnung, was das soll. Aber hier werden die Schlachten geschlagen. Hier sind die wichtigen Schlachten. Genau. Wir müssen dringend Pavia wieder erobern. Das ist ganz wichtig. So, da wir hier verloren haben, ziehen wir uns hier hin zurück. Das ist okay. Handelsgrund, Kriegsgrund gegen Frankreich. So, hier machen wir eine kleine österreichische Armeeplatte. Und da kommen schon wieder Österreicher. Das gibt es auch nicht. Die kommen hier zu uns. Die möchten uns schaden. Ich würde mir hierher gehen, weil hier haben wir auch nochmal 15.000 Mann. Dann vereinigen wir uns mit denen. Und mit denen hier auch. So, wie schaut es hier aus? Ja, Prag ist erobert. Brünn ist erobert. Die Pfalz vielleicht nicht mehr die Kurfürstliche Garde in Österreich. Uiuiui. Da haben sie Truppen verloren. Da haben sie Truppen verloren. Ich weiß nicht, wie viele genau. Aber einige, glaube ich. Die Pfalz. Das ist gut. Das ist gut für uns. So, dann kommt ihr mal hier rüber. Und ihr bleibt mal hier stehen. Ja, so machen wir das jetzt. So, Österreich ist immer noch hoch. Aber das wird sich jetzt gleich ändern. Weil jetzt haben sie nicht mehr viele Truppen, glaube ich. Ich schau mal. Vielleicht sehen wir das sogar hier. Ja. 50.000 vielleicht noch. Übrigens, hier in Genua wird es demnächst einen Aufstand geben. Ich hoffe, dass es hier in diesem Gebiet ist. Und nicht hier unten auf... Ne, Korsika haben wir gar nicht genommen. Okay. Ich dachte, wir hätten Korsika auch erobert. Aber haben wir nicht. Passt es so. Ihr kommt mal hier runter. Nach Pavia. Ich hoffe, die haben gut Kanonen auch. Das sehen wir jetzt leider hier nicht. Österreich ist hier unterwegs in Griechenland. Mein Gott. Leute, was wollt ihr dort in Griechenland? Keine Ahnung. So, hier sind es auch noch mal 1.000. Das ist Mailand, was hier versucht zurück zu erobern. Und dann werdet ihr mal hier hochgehen. Und ihr werdet mal dorthin gehen nach St. Gallen. So, machen wir das. Das sind auch noch mal 53.000 Bugunder. Keine Ahnung, was die machen. Wo ist denn Wien? Wien ist hier. Okay. Wir müssen aufpassen, dass wir Österreich rauskegeln, sobald sie nicht mehr happy sind. Bezahlungen durch Plünderung. Einige der von uns beschädigten Söldner-Komponien sind mit den Arbeitsbedingungen unzufrieden. Beschäftigten, Entschuldigung. Die Reichtümer feindlicher Städte wie Pavia lassen sich kaum mit ihrem mageren Söld vergleichen, so argumentieren sie. Dujan Abrenovic, Befehlhaber der Söldner-Komponien Levendi, hat Stellung bezogen und gefordert, dass ein großer Teil der Kriegskasse für ihn und seine Männer reserviert wird. Sie sollen einen Teil der Kriegsbeute haben. Wir verlieren Prestige. Und die Geschwindigkeit von Plündern verringert sich. Aha. Na gut. Verweigert ihnen die Beute, aber erhöht ihren Lohn? Der Unterhalt steigt? Oder wie können sie es wagen, solche Forderungen zu stellen? Ja, wir geben ihnen einfach mehr Geld. Das passt schon. Der Krieg wird hoffentlich nicht mehr so lange dauern. So, Fehlernand der Fünfte ist zum Kaiser ernannt worden. Es gibt neun Herrscher in Österreich, weil der alte Herrscher gestorben ist offensichtlich. Da bin ich ja mal gespannt, wie sich das auf den Krieg auswirken wird. Da sind 51.000 Österreicher, die versuchen wahrscheinlich jetzt gleich Prag zurückzuerobern. Oder sie gehen hier gegen die Portugiesen. Das kann auch sein. Ne, sie versuchen Prag zurückzuerobern. Ja, während wir hier versuchen Pavia zurückzuerobern. Oder zu erobern allgemein. So muss man es eher sagen. So, die haben wir auch schon gewonnen. Pavia haben wir gewonnen. Sehr gut. Dann gehen wir hier weiter. Oder vielleicht gehen wir erstmal ins Edge-Tal. Gut, könnt ihr dorthin gehen? Ja. Oder geht ihr mal dorthin? Dann geht ihr dorthin. Dann machen wir das jetzt. Okay, sobald Österreich merkt, dass sie keine Chance mehr haben, müssen wir sie rauskegeln. Also hier unten auf das Symbol achten. Sobald dieses Pferd hier rot wird, sind wir glaube ich soweit. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. So, wir verloren einen Kriegskunst gegen den Johanniter-Orden. Aber da wollte ich eh nichts machen. So, hier wird ein Stück von Österreich auch erobert. Sehr schön. Brünn wurde besetzt. Wunderbar. So, Mailand. Ja, ja, ablehnen. Die wollen uns die ganze Zeit nur Geld zahlen. Aber um Geld geht es uns nicht. Wir wollen Mailand erobern. Warum wollen wir Mailand überhaupt erobern? Ich kann es nochmal kurz erklären. Weil wir hier eine Mission haben. Die geht noch bis 1620. Also noch sechs Jahre. Und da sollen wir Mailand zu einem Untergebenen machen. Genau. Also Vasalisieren sollen wir sie. Oh Gott, dann haben wir noch einen Vasallen mehr. Eigentlich können wir uns das gar nicht leisten. Aber gut. Ich mache es trotzdem mal. Da müssten wir einen anderen Vasallen. Ich glaube, ich entlasse mal die Vasallen in Südamerika. Weil die sind sowieso so popelig. Und die können wir auch einfach so erobern. Wo sind die denn genau? Ich muss mal gucken. Das sind die hier, ne? Die hier unten. Ja, die kann ich mal entlassen zum Beispiel. Aufkündigen. Ah, solange wir Waffenruhe haben, geht das aber nicht. Ach Gott. Bis 1622. Na gut. Ich verstehe schon. So, die hier könnten wir annektieren, glaube ich. Das geht aber nicht, weil wir im Krieg sind. 320 würde das kosten. Boah. Würde auch irgendwie 30 Jahre dauern oder so. Ja, irgendwie sind wir hier in der Diplomatie-Falle gelangt. So, Staatsmann erringt Macht. Erscheint, dass einer unserer Berater, Alvaro de Toledo, vor nichts zurückschreckt, um seine Stellung in der Regierung zu verbessern. Mit wer oder weniger fragwürdigen Methoden hat er es nun geschafft, die ungeteilte Aufmerksamkeit des Kaisers zu erlangen, von dem gesagt wird, dass jeder seiner Launen gehorcht. Wir können ihn feuern oder wir verlieren Prestige. Was macht er denn? Was ist das denn für eine Art von Berater? Oh, diplomatische Reputation. Ne, den können wir nicht feuern. Das geht nicht. Den brauchen wir. Dann verlieren wir Prestige. Dann ist das so. So, schauen wir mal. Och, Österreich ist immer noch bei hoch. Das gibt es doch nicht. Weil sie hier jetzt auch zurückerobern, die Pappnasen. Und hier auch. So, wir haben St. Gallen besetzt. Sehr gut. Gehen wir weiter. Das ist vor Rahlberg. Und hier sind die Burgunder unterwegs. Österreich bekommt ein Geschenk von Köln. Österreich hat Ostrau besetzt. Ja, das haben sie zurückerobert. Das ist schon okay. Wir müssten halt Wien. Wien müsste fallen, ne? Ach, schaut, wir sind nur noch bei Mittel. Wir kriegen wir sie jetzt gleich raus. Das Etchtal wurde von Argon besetzt. Sehr gut. Dann können wir jetzt ins Inntal gehen. Sind wir eigentlich hier auf Diplomatie? Ja, sind wir auch gut. Diese Integration von Portugal, das hätten wir anders angehen müssen. Haben wir irgendwas, irgendwelche Diplomatik? Also mit Ungarn, mit Burgund. Mit Burgund könnten wir die Staats-Ide des Bündnisses dann lösen. Mit Russland theoretisch auch. Dann müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas diplomatisch ändern können. Weil so kann es nicht weitergehen. So, wie schaut es aus? Immer noch bei Mittel. Naja, weil sie sich auch zurückerobern, fühlen sie sich natürlich im Vorteil. Aber schaut mal, hier sind Riesenarmeen und eine Armee, die Burgunder hier belagern, auch gerade Wien. Perfekt. Das ist gut. Hier dieser ganze Bereich, ich glaube, das ist, wie heißt das, Niederösterreich? Heißt das so? Oder ist das hier Niederösterreich? Ich glaube, das hier ist Niederösterreich. Das ist, glaube ich, hier Tirol und so. Also auch Vorarlbeck haben wir besetzt. Dann gehen wir mal nach Lins weiter. Das Inntal haben wir besetzt. Können wir hier hingehen? Oh, da müssen wir ganz oben rumgehen. Na gut, machen wir das doch. Gehen wir hier hin. Mit denen hier, dort hin. Und dann versuchen wir die 53.000 Mann hier zu schlagen. So, die Silberflotte ist da. Ja, sehr schön. Wie schaut's aus? Wie schaut's aus? Immer noch bei Mittel für Österreich. So, hier sind freche 4.000 Gaskonja. Ja, schaut mal, wie frech die sind. Österreich hat Halle besetzt. Hier oben irgendwie, glaube ich. Die Belagerung von Prag hat Österreich gewonnen. Aha. Jetzt werden sie wahrscheinlich hier runtergeziehen und die Portugiesen hier und die Burgunder angreifen, denke ich mal. Oder sie sich 15.000 Mann hier angreifen. Nee. Sie gehen nach Opte-Ens. Sie greifen hier die 10.000 Portugiesen an. Interessant. Dann gehen wir doch hier gleich nochmal in die Eger. Versuchen hier Eger zu erobern. Oh, schaut mal hier. Oh, die 50.000 kommen jetzt in die Schlacht rein. Das ist interessant. Oh, wow, wow. Da hat sich Österreich, glaube ich, verkalkuliert. Jetzt kommen die ganzen hier. Das wird sie teuer zu stinken. Ich glaube, da haben sie sich jetzt verkalkuliert. Da haben sie sich verkalkuliert. Das wird auch wieder abgelehnt. Das bedeutet das Ende der österreichischen Armee. Und das bedeutet wahrscheinlich oder hoffentlich das Ende des Krieges. Schauen wir mal gleich mal. Immer noch bei Mittel. Nee, dann müssen wir noch weitermachen. Mittel akzeptiere ich nicht. So, eine Armee, das ist die 15.000er Armee. Die kann ich hier mal rausziehen. Ach. Jetzt ich hier auch immer vorbeischalte. Jetzt, die hier. Die ziehe ich raus und ziehe sie mal. Ach Gott. Da hin. So, wo laufen die hin? Ist die Frage, ne? Wo laufen die hin? Trauengau ist auch unser. Österreich ist immer noch bemüttelt. Ich möchte Österreich runter haben. Weil dann kriegen wir auch genug Geld. So, der Staatsmann, den wir vorher hätten entlassen sollen, ist jetzt gestorben. Das ist gar nicht gut. Da müssen wir sofort wieder eine einstellen. Und diese Kolonie hier ist selbst erhalten. Dann gehen wir sofort in die nächste. Und gehen dorthin. Sehr schön. So, wir müssen gleich wieder einen Berater hier. Beziehungen verbessern, Handelseffizienz, Zölle, Kolonialreichweite. Bringt uns alles nichts. Das ist schlecht. Wir könnten ein bisschen Geld ausgeben. Und den hier, ja, ich entlasse mal den. Oh, das kostet aber viel. Das kostet mir echt zu viel. Wie alt ist der denn? Sehen wir das irgendwo? Das müssen wir doch irgendwo sehen. Hier. Irgendwo müssen wir das... Ach hier, Alter, 38. Oh ja, die sind noch gar nicht so alt. Handelseffizienz 10%. Ja, wir brauchen auf jeden Fall den Dreier. Also müssen wir Beziehungen verbessern. Wir müssen den hier nehmen. Ja, wir nehmen den hier. Das hilft nichts. Ich finde, dann können wir ihn irgendwann auch entlassen. Ja, theoretisch. Aber jetzt, den brauchen wir, weil sonst haben wir gar keine diplomatische Macht. Oh, schau mal, wir sind diplomatisch sogar bei Plus 2 jetzt. Warum? Warum sind wir jetzt bei Plus 2? Weil Portugal nur noch für Minus 5 integriert wird. Okay, das ist billiger geworden, Portugal zu integrieren, weil wir weniger diplomatische Reputation haben. So ist das. Ja, stimmt. Klar. Gut. Dann zurück zum Krieg. Hier oben ist eine österreichische Armee, die hier versucht... diese Attacken hier zu beenden. Aber das wird ihnen nicht gelingen. Österreich ist immer noch beim Mittel. So, die Armee hat sich gefangen. Die wird das wieder gleich angreifen. Die Frage ist, wen greift sie an? Die 39.000 Burgunder wahrscheinlich nicht, denke ich mal. Also Österreich hat wirklich kaum noch mal einen Schott. Mal 25.000 oder so. Was sind hier noch? Oh, Österreich ist bei gering. Österreich ist bei gering. Sehr gut. Okay. Das bedeutet jetzt Verhandlungen mit Österreich. Was wollen wir? Wir wollen Burgund nichts geben. Das ist klar. Ich meine, wir könnten uns selber hier was holen, aber das ist zu teuer. Das möchte ich jetzt nicht. Was können wir noch mal? Reichsreform wieder rufen. Das ist uns egal. Kriegsreparationen wollen wir auf jeden Fall. Und sehr viel, ja gut, viel Geld haben sie nicht. Nationen entlassen könnten wir sie zwingen. Das wäre natürlich interessant, ne? Brandenburg zum Beispiel. Württemberg, Serbien. Serbien, das ist da unten. Das ist nur ein so Ding, okay. Nitra wäre auch nur eins. Mühlhausen ist da drüben. Auch eins. Kroatien sind zumindest zwei. Okay, wir könnten sie zwingen, Kroatien zu entlassen. Machen sie aber nicht. Würden sie nicht machen. Österreich hält Wien. Wollen wir wirklich weiter kämpfen? Ich will eigentlich nicht weiter kämpfen. Also lassen wir das mal. Österreich können wir mal wann anders in einem anderen Krieg dann direkt schwächen. Gut, dann reicht uns das jetzt. Sie sollen uns Kriegsreparationen zahlen. Sie sollen uns Geld zahlen. Wir bekommen ein bisschen Prestige. Das kostet uns auch null diplomatische Macht. Nationen entlassen wir uns, glaube ich, auch diplomatische Macht. Kosten oder ja. Und zwar ziemlich viel. Aus diesem Grund können wir das nicht machen. Aber können sie dann noch unsere, ich hätte gerne noch irgendwie Handels, das geht nicht, Handelseinfluss übertragen. Das geht aber leider nicht. Na gut, dann machen wir das jetzt. Damit ist Österreich aus dem Krieg raus. Sie verhandeln nur in ihrem eigenen Namen, okay. 10% Kriegsreparation wird aber viel sein, denke ich mal. Weil Österreich wird viel Einnahmen haben. So, sehr gut. Ein bisschen Gold bekommen wir. 130 Dukaten. Das ist jetzt nicht der Rede wert. Und ein bisschen Prestige, das ist auch nicht der Rede wert. Aber, da wir jetzt Mainland komplett erobert haben, müssten wir jetzt Mainland eigentlich unterwerfen können. Und das ist das Wichtige. So, ihr könnt schon mal hier zurückgelaufen. Hier auch. Oh Gott, wir können hier nicht. Jetzt. Hier auch. Und hier. Läuft bitte dorthin. Was denn, das sind die Söldner? Ah, das sind Söldner. Okay, die können wir direkt auflösen, glaube ich. Das sind, glaube ich, Söldner. Sehen wir irgendwie viel die Kosten? Warum sehen wir das denn nicht, ob das Söldner sind oder nicht? Hier, maximale Beute? Nee. Stratioten. Lavendi, das sind auf jeden Fall auch Söldner. Die können wir auch entlassen. Ich glaube, das sieht man auch, dass die so grün sind. Hier, Stratioten. Weil, normalerweise, hier sind unsere Armeen sind so grau und die Söldner sind, glaube ich, grün. Söldner können wir entlassen, die brauchen wir nicht mehr. Sonst noch irgendwo Söldner. Muss jetzt mal alles durchgehen. Weil die Söldner, die müssen wir entlassen. Das kostet uns Geld. Und hier haben wir noch die Garde. Die Schweizer Garde, genau. Die Musketen hier auch. Oh, wir haben viele Söldner. Wir haben uns viele Söldner geholt. Muss man sagen. So. Da die Bounden Reh. Das sind auch Söldner. Die können wir auch entlassen. Und die unabhängige Armee können wir auch entlassen. So. Dann schaut das schon wieder besser aus. Die königliche Armee, die soll mal hier in die Hauptstadt gehen. Wo ist unsere Hauptstadt? Hier, Barcelona. Die neue Armee, die kommt Richtung, die geht Richtung Griechenland. Können wir hier direkt rüber marschieren. Ja. Ach, das ist sogar von Mailand besetzt hier. Das ist interessant. Dann müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht eine Armee rüber senden können. Sind hier die Transporter? Ja, hier sind die Transporter. Dann kann die neue Armee, das sind 5000 Mann, kann die vielleicht hierher gehen und dann mit den Transporter rüber zu gehen. Die nordamerikanische Armee ist natürlich in Nordamerika. Die mittelamerikanische Armee in Mittelamerika. Terz de Tarassina. Die haben noch keinen Namen bekommen. Ach, das sind einfach nur die Kanonen. Die Kanonen, die kommen hierher. Auch in die Hauptstadt oder zumindest in die Nähe. Vielleicht nenne ich das mal die Kanonen. Ich nenne es einfach mal Kanonen. Kanonen-Wumms. So. Ha! Das war jetzt nicht besonders spanisch. Was könnte man denn anstelle dessen, was ein bisschen spanischer ist, sagen? Das sind nochmal Kanonen. Okay, die kommen auch dahin. Okay, und dann haben wir Amata di Abuzin. Das müsste Italien sein. Wollen wir die in Italien auch belassen? Wir haben keine... Wir haben keine... Afrikanische Armee mehr. Dann kommt ihr mal nach Nordafrika. Und dann nennen wir die mal Nordafrika-Armee. Was, 94? 94. Ach, das sind eigentlich neun. Okay. Nordafrika-Armee. Ja, wir müssen die Armeen wieder sortieren und wieder aufstellen. Das geht so natürlich nicht. Das sind unsere schweren Schiffe. Die sammeln sich bitte auch in der Hauptstadt. Da können wir auch gleich mal gucken. Die erste Flotte. Die erste Flotte sind Fregatten. Die bekommen dann gleich wieder einen Auftrag. Okay, Transportflotte. Amerikanische Transportflotte. Chinesische Handel. Handelsflotte. Die erste Flotte und die Handelsflotte können wir eigentlich zusammenziehen, ja. Okay, und das sind die ganzen neuen Galerien. Und dann hier haben wir Sturm der See. Das sind auch unsere Galerien. Ja, das ist die letzte Galerie, die übrig geblieben ist. Wir haben ganz viele Schiffe verloren in dem letzten Kampf. Aber das kriegen wir alles hin. Das dauert halt nur ein bisschen Zeit. Also nicht nur ein bisschen Zeit. Das wird jetzt Zeit dauern, uns hier zu etablieren wieder. Anspruch für den Gehen kostet 30. Oh, die sind aber schon gerade im Krieg. Die sind gerade schon im Krieg. Wir haben hier schon Ansprüche. Ach, wir haben hier schon Ansprüche auf die beiden. Da brauchen wir das ja gar nicht mehr. Kann man rausnehmen. Weil das sind die beiden Goldprovinzen, auf die wir Anspruch haben wollen. Die und die. Das ist Weizen und das ist Wolle. Das interessiert uns ja gar nicht. Ist das auch ein Vassal? Ja, das ist auch ein Vassal. Aber den können wir, wie gesagt, nicht Vassalisierung aufkündigen, solange die Waffe wohl noch nicht da ist. So, jetzt beenden wir mal gleich den Krieg, wenn wir das hier unten zurückerobert haben, zumindest. So viel Zeit muss sein. Weil ich möchte schon, wenn dann alles haben. Obwohl eigentlich, warte mal, eigentlich können wir es auch so machen. Weil wenn sie uns, weil mehr als Vassal, können sie uns eh nicht geben. Also dann brauchen wir das nicht. Eingebäude aufstand. Bin niedergeschlagen. Okay, neuer Kardinal in Aragon. Das ist sehr schön. Ruft nach Frieden. Ja, der kommt jetzt auch, der Friede. Der kommt jetzt auch. Wir wollen einen Vassal. Aragonischer Vassal, genau. Und sie sollen uns natürlich noch ein bisschen Geld geben. Kostet uns keine diplomatische Macht. Das passt. Auch keine Überdehnung, aber ein bisschen Beziehungsmalus natürlich. Mit China, mit Frankreich. Mit Mailand, das ist gefährlich. Österreich, oh ja. Das ist gefährlich. Aber wir haben gute Verbündete. Die Frage ist, gehen die jetzt alle in die Koalition mit uns? Nein, wir verbinden es mal. Ich werde es trotzdem jetzt mal machen. So. Jetzt haben wir noch eine... Wahnsinn. Und wir können jetzt auch keinen Verbündeten aufgeben. Wir können auch keinen Verbündeten aufgeben, weil wir die jetzt brauchen, falls eine Koalition gegen uns entsteht. Das ist echt schwierig. Gut. Was wir aber machen können ist, wir können... Oh Gott, ist denn was denn hier los? Ja, das als Administrative macht. Vivares? Ach, hier oben. Occitanisch zu Kernprovinz machen. Genova wird gerade gemacht. Okay. Jaja, das sind die neuen Länder, die wir hier haben. Ich glaube, das können wir tatsächlich machen. So, und dann noch hier. Vivares? Gut, die hier nicht. Die möchte ich ja dann an Portugal geben. Was ich aber eigentlich machen wollte, ich wollte die ganzen... Die ganzen Festungen stilllegen. Sehr gut. Okay. Gut. Dann brauchen wir die nicht mehr da unten. Aber wir schicken sie trotzdem nach Rienland. Ja, das passt schon. Weil die Rienland ist ja jetzt wieder befreit. Boah, wir müssen unsere Armeen jetzt wieder aufbauen. Wir stehen echt nicht gut da. Und unser... Naja, und Mailand hat natürlich eine schlechte Meinung von uns. Dafür haben wir aber diese... Ah, sehr gut. Wir haben diese Agenda abgeschlossen und bekommen dafür eine diplomatische Reputation. Für zehn Jahre. Okay. Und der Adel bekommt Loyalität. Das ist auch gut. Okay, Bayreuth wird Kurfürst. Wahrscheinlich war Mailand Kurfürst. Kann das sein. Österreich hat... Ähm... Österreich hat Frankreich als Rivalen bestimmt und nicht mehr Polen-Litauen. Das ist auch interessant. Das ist die Schlacht. Und hier kommt die Revolte. Hier kommt eine Revolte. Okay. Kann man mit denen hier auch mal rüber marschieren? Ja, können wir. Und... das Verbündnis verlassen. Ja. Vielleicht wäre Venediger verbündeter. Aber Venedig ist auch perspektivisch ein Land, das wir demnächst erobern müssen. So, jetzt haben wir null monatlichen Anstieg an Diplomatie, weil wir ja jetzt auch noch eine diplomatische Macht dazu bekommen haben und dadurch Portugal besser integrieren. Das ist echt ein Dilemma. Das ist echt ein Dilemma. Ruf nach Frieden. Das ist doch Frieden. Das ist doch Frieden. So, die Schlacht von Peruana, die haben wir gewonnen und dann haben wir noch mal eine Revolte. Hier, die müssen wir jetzt mit der königlichen Armee niederschlagen. Das ist Orléans, geht jetzt erstmal hierher. Gut, dann haben wir hier unsere neue Flotte an starken Galären, also Großschiffen, die legen wir erstmal still. Gut, dann wie schaut es hier aus? Die können wir eigentlich alle zusammen nehmen, oder? Ne, das ist die genuesische Flotte. Okay, die genuesische Flotte soll natürlich den Handel in Genua schützen. So, und den Rest können wir zusammen nehmen. Den Rest können wir zusammen nehmen. Ne. So, jetzt. Genau, erste Flotte und Handelsflotte. Dann nennen wir das Valencia Handel. Wenn man sich das nicht verschreiben würde, würde es auch funktionieren. Valencia, so, oder? Valencia Handel. So, wunderbar. Und dann macht ihr Handelsschutz in Valencia. Lohnt sich aber, glaube ich, gar nicht. Und doch, ein bisschen schauen wir. Portugal gibt es ja noch. Aber sonst lohnt es sich nicht mehr wirklich. Gut. Ähm, ja. Schau mal. Also diese Diplomatiefalle ist wirklich ein Problem. Österreich hat globalen Handel gefördert. Okay. Ulm hat sich an der Koalition uns angeschlossen. Das ist schlecht. Das ist tatsächlich schlecht. Oh, schaut mal. Für 4.300 können wir den globalen Handel dann auch irgendwann mal fördern. Das ist auch gut. So, wir könnten Verbesserungen bauen. Gibt es irgendwelche Verbesserungen, die uns die Diplomatie bringen? Wahrscheinlich nicht. Wir können Übungsplätze bauen. Da haben wir Rekrutenreserve plus 100%. Das ist nicht schlecht. Ja. Rekrutenreserve, wenn die ein bisschen höher wäre, da hätte ich nichts dagegen. Universitäten, Entwicklungskosten minus 20%. Könnten wir auch bauen. Und Kirchen natürlich. Die bringen uns Einnahmen. Aber Einnahmen haben wir eigentlich ganz gut. Regierungssitz, Soldatenhaushalt, Rekrutenreserve steigt. Regierungssitz, Gebäudemaximalanzahl plus 1, Verwaltungskosten Provinzen minus 15%. Lokale Regierungskosten minus 10, Verwaltungskosten Staaten minus 20. Zwangsrekrutierung bringt Seeleute. Befestigungsmorden erhöht die Verteidigung. Das bringt uns alles jetzt gar nicht so viel. Handelsdepot erhöht die Handelsmacht. Auch das bringt uns gar nicht so viel. Ja, ich glaube das Beste ist wirklich der Übungsplatz. Aber jetzt werde ich das Geld erstmal ein bisschen sparen, um in die nächste Forschung zu investieren. München hat sich der Koalition angeschlossen. Ja, Österreich glaube ich kann nicht. Weil Österreich hat einen Friedensverlag mit uns, oder? Lothringen auch, ja. Kili. Ja, wir müssen jetzt wirklich unser Land erstmal befrieden. So, hier kommen 3000 Mann. Die werden glaube ich die hier angreifen. Nein, werden sie nicht. Dann greifen wir die tatsächlich jetzt hier an. So, ihr geht mit dem Schiff bitte nach Griechenland, nach Artha von mir aus. Papsteinfluss, plus 0,5 kostet Technologien steigen Missionare, plus 2. Ne, das brauchen wir alles nicht. Ah, nein, nein, das kostet auch keine Diplomatie. Wir müssen wirklich diplomatische Beziehungen loswerden. Das geht nicht anders. Ja, und das wird als nächstes wahrscheinlich begund sein. Diese ganzen Vasallen ist das Problem. Mailand ist ein Vasall. Die Mixteken, die Tarasken, die Otomi, die Yokotan. Ich meine, zumindest die Yokotan hier könnten wir aufkündigen. Das würde gehen. Die sind halt so groß und das würde mich schon ärgern. Das würde mich tatsächlich ärgern, ja, die aufzukündigen. Die haben auch eine Goldprovinz. Ja, wir könnten sie annektieren. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich breche das hier ab. Ich breche das hier ab, auch wenn wir schon mega viele Punkte hier investiert haben. Aber es bringt nichts. Es bringt so nichts. Und stattdessen werde ich jetzt Yokotan integrieren. Das kostet uns vier. Weil wir müssen erstmal diese Integrationspunkte senken. Sonst schaffen wir das nicht. Ja, das bringt sonst so nichts. Das müssen wir einfach so machen. Vor allem, weil wir jetzt ein anderes Problem haben. Halb Europa sich jetzt den Koalitionen gegen uns anschließt. Das ist wirklich ein Problem. So, und können wir hier diese Provinzen loswerden irgendwie? Die Kolonie ist selbst erhalten. Auch schön. Die hier. Gibt es hier noch irgendwas, was wir kolonisieren können? Hier hinten vielleicht. Hier unten, ja. Aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte, dass das alles zu Portugal gehört. Hier in Grönland könnten wir noch was kolonisieren. Aber auch das. Ja, könnten wir eigentlich machen. Machen wir das mal. Machen wir hier mal Grönland. Oh, hier Neufundland. Schau mal, die haben unsere Partnerland hier komplett abgegraben. Ja, machen wir mal Grönland und schicken jetzt hier die Armee auch dorthin. So, was haben wir noch? Missionen haben wir abgeschlossen. Schauen wir mal, ob da was geht mit irgendwelcher Diplomatie. Zinsen senken sich. Okay. Union mit Portugal. Das haben wir noch nicht. Da müssen wir noch Savoyen gewinnen. Ja, richtig. Genau. Hier bekommen wir Inflationsreduktion und Zinsenreduktion. Das bringt uns jetzt auch nicht so viel. Ansprüche auf Athen. Ja, da bekommen wir Ansprüche auf das Mannische Reich. Das möchte ich jetzt im Moment auch noch nicht. Weil da gibt es bloß Ärger. Ja, schauen wir mal. Und Mailand mag uns nicht. Das ist uns eh klar. Aber das wird schon wieder sinken. Schaut mal, Portugal hat inzwischen Freistreben von 40%. Da müssen wir aufpassen, dass die sich nicht gegen uns wenden. Weil sie auch höhere diplomatische Technologie haben als wir. Das ist schlecht. Ja. Ich glaube, da werde ich tatsächlich mal Loyalisten-Unterstützung machen, oder? Vielleicht erinnert das Freistreben von 20% auf Kosten von 10% der Einnahmen. Und wir haben genug Einnahmen. Das können wir uns leisten. Wir haben genug Einnahmen, denn das Protokoll nehme ich nur noch auf 20%. Und so finde ich das wesentlich angenehmer. So. Konvertierung erfolgreich. Okay. Das ist auch gut in Epirus. Dann Kephalonia. Das ist jetzt orthodox. Das müsste eigentlich hier das ehemalige Griechenland sein. Oder ehemaliges Osmanisches Reich. Kephalonien. Das ist eine der Inseln. Ja, hier. Das ist diese Insel hier. Tatsächlich. Okay. So. Köln hat sich der Koalition gegen uns angeschlossen. Das gefällt mir alles gar nicht. Ehrlich gesagt. Unsere Armeen sind ziemlich geschwächt. Aber wir haben auch gute Verbündete. So ist es auch nicht. Frankreich hat Champagner als Rivalen bestimmt. Sind das nicht unsere Verbündeten? Ich weiß es gar nicht. Die Schlacht von Angoumois. Ah. Hier haben wir jetzt gewonnen. Okay. Sehr gut. Damit haben wir denen einen Dienst erwiesen. Und das finden die wahrscheinlich gut, schätze ich mal, oder? Verteidigte unsere Provinzen. Genau. Danke für unsere Hilfe. Wir können sie annektieren, wenn sie 190 haben. Das heißt, das können wir als nächstes machen. Gut. Das mache ich dann als nächstes. Wir müssen erstmal warten, bis wir Yoko Tan annektiert haben. Wo stehen wir denn bei Yoko Tan? Da stehen wir bei 1,2 Prozent. Oh Gott. 2,4 Prozent. Also ungefähr 1 Prozent im Monat. Das wird also 100 Monate dauern. Also 8 Jahre ungefähr. Unsere Kolonialnation Komarse de Kakao erklärte den Chorti, den Krieg. Wo sind denn die Chorti? Können wir uns das mal angucken. Ich denke schon, oder? Die sind hier. Aha. Ah ja. Gut. Baden hat sich eine Koalition angeschlossen. Und den Hasinai haben sie auch den Krieg erklärt. Zwei Kriege gleich. Ist das nicht vielleicht ein bisschen viel? Sie greifen aber auch Teotitlan an. Die trauen sich ja was. Teotitlan ist hier, dieses Land. Aber das wird nicht viel helfen. So. Mit wem hat der jetzt noch den Krieg? Oder war das ein anderes? Wann ist die hier? Ah, das waren die hier. Hasinai. Das ist hier. Okay. Die wollen sich auch verbreitern. Das ist gut. Das macht ihr mal. Das macht ihr mal. Konstan hat sich eine Koalition angeschlossen. Sehr gut. Ich glaube inzwischen können wir unsere Truppen hier auch abziehen. Die brauchen wir nicht mehr. Die sind stark genug hier unsere Freunde. Orléans hat Angoumois besetzt. Ja, das haben wir für sie gemacht. Die Schweiz hat sich eine Koalition angeschlossen. So. Die Königliche Armee geht in die Heimat. In die Heimatstadt. Und da haben wir die Kanonen. Genau. Kanonenwumms sind inzwischen zehn Kanonen. Nicht schlecht. Österreich hat Russland als Rivalen bestimmt. Auch interessant. Ich schau mal ganz kurz in die Koalitionen rein. Ja, gut. Schaut jetzt noch nicht so bedrohlich aus, ne? Ist okay. Aber es können noch ein paar mehr werden. Ja, Argon hat einen Waffenstillstand. Dann können sie es glaube ich nicht. Mainz, die Pfeils und so. Die können auch noch reingehen. Venedig auch. Nürnberg zum Beispiel. Ja, ich bin gespannt. Frankreich. Könnte es auch machen, ne? Ja. Norwegische Rebellen. Das ist auch nervig. Mainz hat sich in der Koalition angeschlossen. Polen-Litauen. Da hat irgendwelche Karten gehandelt. Das interessiert uns jetzt nicht so sehr. Aber können wir da ein bisschen schneller machen. Und eine Revolte in St. Und eine Revolte in St. Bartholomeos. Ja, das interessiert mich natürlich jetzt brennend, ne? Mit den 3000 werden wir hier nicht viel reißen können. Dann müssen wir mal die 20.000 dahin schicken. Gut, dass wir die hier haben. Die werden aber nicht rechtzeitig ankommen. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Vielleicht kommen sie doch rechtzeitig an. Und dann sollten wir vielleicht den Unterhalt der Armee... Ah, der ist hier oben. Okay. Dann können wir auch nochmal runden schrauben für Gelegenheit. So, ihr müsst nach Grönland, Freunde. Ich weiß, das ist nicht besonders schön, aber einer muss da hin. Gibt es hier nicht sogar zwei Provinzen? Ja, da gibt es zwei Provinzen. So, wir können die Institution fördern. Das ist schön. Das mache ich aber tatsächlich noch gar nicht. Weil wir können eh im Moment nichts erforschen. Es ist einfach so. Wir können im Moment nichts erforschen. Ja. Achso, ich wollte es ein bisschen schneller machen. Machen wir wieder auf drei. Die Armee hier ist angekommen in Österreich. Äh, in Österreich sage ich schon. In Gottes Willen. In Griechenland natürlich. Die sind hier. Die sind dort. Die marschieren gerade dort hinter. Ja, ja. Wir müssen wieder unsere Armeen aufstellen. Wie schaut es denn aus hier? Wir haben hier. Oh, schaut mal. Wir können 150.000 Mann noch integrieren. Oder aufstellen. Die müssen aber erstmal hier wieder entstehen. Bei den Recruitenreserven. Das ist für mich jetzt ein Grund, die Recruitenreserve zu erhöhen. Das machen wir jetzt auch. Wir werden jetzt hier einige Übungsplätze bauen. Leute. Valadolid. Wo ist denn das? Ich möchte es Ungarn hier machen. Da möchte ich es nicht machen. Sankt Bartholomäus ist das hier. Dann haben wir das hier von den Norwegern. Hups. Wo ist denn das Rot? Handels-Effizienz minus 10. Ah, weil wir exkommuniziert sind. Ja. Die Turkinseln. Ich würde die so gerne in Portugal abgeben. Aber ich glaube, das geht nicht, ne? Das geht einfach nicht. Und Karibas? Können wir denen was geben? Ne. Wir können die nur beeinflussen. Boah, das gibt es doch nicht. Ich möchte die nicht haben, diese Länder. Diese Provinzen. Wir können die aber auch nicht abgeben, glaube ich. Ah, das ist nervig. Also wenn es 5 gewesen wären, wäre es super. Weil 5 hätte bedeutet, dass wir hier nochmal eine Kolonialnation haben. Aber 4 ist halt echt blöd. So, wo sind unsere Soldaten? Schippern wir doch gerade. Die sind gerade dort. Und ich glaube, die haben das schon erobert, oder? Ne, haben sie noch nicht. Vielleicht schaffen wir es sogar noch rechtzeitig. Genau, nach den Schiffen wollte ich nochmal gucken. Da können wir auch nochmal ein paar bauen. Sehr schön. Da werde ich nochmal ein paar Galionen in Auftrag geben. Erstmal 5. Wie viel sind es hier? Ah, das ist aber unschön. Dann machen wir es 4. Dann machen wir 4. Dann haben wir 20. Das ist besser. So. Und dann... Wollte ich nochmal gucken, wie die hier heißen. Also das hier ist Martinique und... Trinidad, okay. Ich glaube, ich kann die jetzt trotzdem hier mal integrieren, weil das... Muss ich, glaube ich, eh machen, um die abgeben zu können. Oder doch nicht? Ach, ich weiß es nicht. Egal. Was wollte ich machen? Genau, ich wollte hier bauen. Und zwar Übungsplätze. Rekrutengesellschaft. Wir können mal gucken, ob das was bringt. Im Moment bekommen wir 1.361 monatlich. 1.361. Bauen wir mal. Ein paar. Komm. Hopp. 1.361. Das dauert ein Jahr. Ich schreibe es mal in den Chat rein. Einfach, um es mir zu merken. So. Vertrag von Tortissias. Der Papst hat verkündet, dass Kolonial Australien im Besitz von Frankreich ist. Das ist ja krass. Rebellen erfolgreich. Norwegische Westindische Rebellen sind erfolgreich in St. Bartolomé. Okay, Salzburg hat sich angeschlossen. Schauen wir mal kurz nach Australien rüber. Ah ja, schau mal. Da ist tatsächlich Frankreich ganz aktiv. Das ist spannend. Das ist spannend. Portugal ist natürlich auch hier aktiv. Ja, und hier auch. Und hier ist Frankreich auch. Na gut. Ja, wir sind immer noch exkommuniziert. Das ist unschön, aber leider nichts zu verhindern oder nichts zu verändern. Meiland mag uns nicht. Das kennen wir schon. Kommiliton bekommt einen Kardinal. In Memmingen schließt sich der Koalition gegen uns an. So, also das werde ich auf jeden Fall nachschauen, ob sich hier die Recruitenreserve dann erhöht. 1.363 sind sie jetzt. Es ist schon ein bisschen gestiegen, aber das liegt nicht daran, dass die Gebäude hier sind, weil die sind noch nicht fertig. Gut, jetzt muss ich hier mal gucken. Da die jetzt erfolgreich sind, können die nicht mehr automatisch anlanden. Die müssen also so anlanden. Ne, das habe ich nicht verklickt. Rechtsklick. So, genau. Das ist schlecht, weil dann, ja, haben sie natürlich einen Überquerungsmanus, einen blöden, aber anders geht es nicht. Eine Plantage wird hier noch gebaut und ein Handelsposten. Krass. Würzburg wird Kurfürst. Interessant. Burgund bekommt ein Kardinal und hier kommt die Schlacht. So, dann erobert das mal bitte zurück. Sehr gut. Eine Revolte in Genua, das haben wir ja schon erwartet. 15.000 Mann sind hier. Dann können wir mit denen hier marschieren, oder? Ja, mit der Transportflotte. Warum nicht? Unsere Flotte Valencia Handler hat mit der Mission Schutz des Umschlagplatzes Valencia aufgehört. Das ist ja merkwürdig. Sind da etwa auch... Ach, da sind auch Transportschiffe dabei, deshalb. Ach nee, okay, das muss man gleich sortieren. Xack, grüße dich. Schön, dass du da bist. Wir hatten gerade einen ätzenden Krieg gegen Österreich. Den haben wir gewonnen, aber er war trotzdem ätzend. So, Rottenburg hat sich in der Koalition angeschlossen und St. Bartholome haben wir wieder erobert. Dann können wir die Truppen hier wieder runter holen. Dankeschön. Wie geht's, Xack? Alles fit? So, wir gehen hier zurück. Dorthin. Gut, die erobern hier, das gefällt mir gut. Die Schweiz hat ein Bargo gegen uns verhängt. Das interessiert uns eigentlich nicht so sehr. Jetzt sagt... Nee, komm. Die Transportflotte schickt hier rüber. Ja, das ist gut. Hört ihr noch zu? Bin nur am Sticken, sagt Sanni. Nee, alles klar, Sanni. Viel Spaß, was stickst du denn gerade? So wird alles gut, hoffe ich bei dir auch. Ja, ich bin noch ein bisschen erkältet, aber... Oh nee. Das müssen wir jetzt zurückerobern, das müssen wir jetzt belagern. Und Österreich fordert ein unrechtmäßiges Land zurück. Oh Gott. So, die sind im Krieg mit Großbritannien und da akzeptieren wir natürlich das Durchmarschrecht. Oh Gott. Sind wir dann gleich wieder im Krieg mit Österreich? Kann das sein, wenn wir das verweigern? Aber ich glaube, Österreich kann uns nichts, weil wir einen Friedensvertrag mit Österreich haben. Also so verstehe ich das zumindest. Dass Österreich uns nichts kann. Kaiser Österreich verlangt, dass wir die Provinz Genova an das Heilige Römische Reich zurückgeben. Diesen Gesuch abzulehnen würde unsere Beziehung zum Heiligen Römischen Reich stark beeinträchtigen. Eine Ablehnung hätte folgende Auswirkungen. Der Kaiser erhält einen Kriegsgrund. Unruhe plus 10. Steuerannahm minus 33 Prozent. Recruitung selbe minus 50. Autonomie. Wir lehnen natürlich ab. Das geht ja gar nicht. Stück an meinem Bella Philippina Schneewittchen. Bin süchtig nach dem Projekt. Oh ja, viel Spaß noch. Wie viel fehlt ihr denn noch? So, und ihr geht bitteschön jetzt doch dorthin. EU4 hast du dich nie dran getraut? Ach, so schwierig ist es nicht. Es ist auch nicht besonders leicht, aber schwierig ist es auch nicht. Es ist halt komplex, ja. Aber ich meine, man muss sich halt Stück für Stück rantasten. Ich habe jetzt da keinen Bock mehr. Irgendwas stimmt hier nicht mit dieser Armee. So, ihr bleibt jetzt mal hier stehen und wir nehmen jetzt diese Schiffe hier. Die sollen wir da rüber gehen. Wir machen das jetzt per Hand, weil das dauert ja ewig. So, und dann geht ihr auf die Schiffe und dann fahrt ihr hier rüber. So, so machen wir das nämlich jetzt. Gut, und die, ja, die lagern das sich da jetzt mal an. Da fehlt noch einiges. Was heißt denn einiges? Wie viel Prozent hast du denn inzwischen? So, gibt es hier irgendjemanden, mit dem wir bezirzen wollen? Vielleicht Österreich, äh, vielleicht Russland? 1.366. Also wir brauchen noch 23.000 Männer. Das sind also ungefähr noch 10, ja, so 15 Monate, also ein Jahr, bis wir hier überhaupt wieder auf voller Pole sind. Venedig hat Argon als 9 Rivalen bestimmt. Das ist interessant. Das ist interessant. So, hier sind jetzt die 20.000 Mann. Ihr lauft hier rüber und versucht dort klar Schiff zu machen. Und hier nehmen wir mal die Transportschiffe raus. Ihr geht zu dieser, na, obwohl ihr könnt eine Neutransportflotte eigentlich bilden, oder? Ja, bilden wir mal eine Neutransportflotte. Obwohl, nee, geht eh mal dahin. Wir lagern uns zusammen und der Rest sind jetzt wieder nur noch leichte Schiffe, ne? Und da ist die Frage, machen wir weiter in Valencia oder machen wir woanders? Na ja, hier, oder? Da sind wir bei 46 Prozent. Da wäre gut. In Tunis. Machen wir mal Tunis. Nennen wir die mal unter, äh, um und machen mal Tunis Handel. Und dann werdet ihr mal in Tunis den Handel schützen. So machen wir das jetzt mal. So. Gut. Ja, dann müssen wir die aus dem Heiligen Römischen Reich entfernen. Ich muss mal überlegen, wie das dann geht. Ich glaube, dafür müssen wir sie erst erobern. Ja. Dann muss das eine Kernprovinz sein, okay. Und wir können das nicht, solange ein Waffenstillstand mit dem Kaiser in Kraft ist. Okay. Okay. Dann müssen wir warten, bis wir mit dem Kaiser wieder Krieg, ähm, machen können. Kann ich dir nicht sagen, es ist eine Papiereinleitung. Ich schätze, drei Viertel fehlen noch. Ja. Also hast du ein Viertel fertig. Also 25 Prozent fertig ungefähr. Ist doch, ist doch gut. So. Österreich hat irgendwas im Handel mit uns angestellt. Und hier haben wir natürlich auch wieder Verluste, ärgerlicherweise. Achso, die Kanonen sollten da eigentlich auch rüber. Weil wir hier dann, äh, da drüben dann erobern müssen. Ja. Machen wir mal hier hin. Francesco Durgell. Francesco Durgell ist ein erfahrener Diplomat und wohl bekannt für seine Anstrengungen, unser Land als eine wichtige diplomatische Kraft zu etablieren. Seine Behörungen werden im ganzen Land bewundert oder sein Ruf wird über unsere Grenzen hinausgehen. Wir bekommen Prestige oder Diplomatische Macht oder Administrative und Diplomatische Macht. Also Diplomatische Macht können wir auf jeden Fall schon mal sehr gut brauchen. Und ich glaube, Prestige brauchen wir nicht so unbedingt. Wir nehmen uns mal die Administrative Macht. Sehr gut. So, dann holen wir die Kanonen noch mit rüber. Das ist auch gut. Boah, jetzt haben wir schon 159. Das bedeutet, wir können demnächst dort weiter vorgehen. Silberflotte kommt. Sehr schön. Und wir können eine Regierungsreform erlassen. Ich hoffe, das bringt was. Ich hoffe, das bringt was. Schauen wir mal. Wirtschaftliche Belange. Oh, nein. Nein, nein. Ich wollte erst mal gucken. Gottes Willen. Ha. Eins am anderen. So. Regierungsmodifikationen. Handelseffizienz plus 5. Handelseinfluss plus 5. Oder die Testgleichung. Bürger plus 5. Okay. Bürger beschränken. Handelssteuerung plus 15%. Verwaltungskosten. Handelshäuser minus 10%. Okay. Berkantilistischer Ansatz. Handelseinfluss Inland plus 15%. Händler plus 5%. Handelsmacht Händler. Und Kostenmekantilismus fördern minus 10%. Dann Freihandel fördern. Handelseinfluss Ausland plus 20%. Institutionsverbreitung plus 25%. Gut. Dann haben wir Wirtschaftstheorie fördern. Inflationsreduktion und Zinsenreduktion. Dann Kriegswirtschaft. Kosten von Schiffe, von Regimentern und von Kriegsteuern sinken. Sehr gut. Ausbaut in der neuen Welt. Wir kriegen einen Kolonisten. Das brauchen wir aber nicht unbedingt. Aber was gut ist, koloniale Untertanen erhalten plus 10%. Produzierte Güter. Ist schon nicht schlecht. Locations Proviso haben wir nicht, weil wir, glaube ich, in Italien sind, oder? Nee, weil wir nicht die Wirtschaftsideen oder die Infrastrukturideen abgeschlossen haben. Ja, dann würde ich fast vorschlagen, Kostenregimenta. Aber Kostenregimenta bedeutet, glaube ich, in der Rekrutierung, nicht im Unterhalt. Handelseffizienz und Handelseinfluss könnten steigen. Die Bürger finden uns besser. Ja, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Handelsmachthändler ist auch nicht schlecht. Aber bei Handel bin ich echt überfragt. Weil Handel ist ein schwieriges Gebiet hier in dem Spiel. Habt ihr einen Vorschlag, was ich nehmen soll? Wenn ihr wisst, was ich nehmen soll, oder sagt, nee, auf jeden Fall das nehmen, dann mache ich das. Dann mache ich das sehr gerne. Ich finde, das ist ganz gut, glaube ich. Handelseinfluss Ausland plus 20% und Institutionsverbreitung plus 25%. Das ist eigentlich immer ganz gut. Ich warte noch mal kurz, ob ihr vielleicht noch einen Vorschlag habt. So, währenddessen schauen wir mal, dass wir die hier rüberbringen. Damit die Belagerung schneller geht. Blechslack bevorzugt Freihandel fördern. Okay, Dankeschön für den Hinweis. Xark ist keine große Hilfe. Freihandel fördern. Ja, das hätte ich auch genommen, oder? Das war auch meine Idee. Freihandel fördern. Ja, dann machen wir das. Dann machen wir das doch. Vielen Dank, Plechslack, für den Hinweis. Äh, wir lesen gleich noch mal, was da steht. Also, Händler aus der ganzen Welt müssen in unser Land kommen können, um mit unserer Bevölkerung Handel zu treiben. Indem wir der Engständigkeit des Megantilismus den Rücken kehren, kann unser Staat einen leichteren Zugang zu fremden Gedanken erhalten. Sehr schön. Ich bin da echt kein guter Berater, ich lerne noch von dir. Hast du das Spiel eigentlich inzwischen mal gespielt, Sanni? Weil du bist ja ein Japan-Fan, das weiß ich ja. Und hast du inzwischen mal in Japan reingeguckt? Das ist halt wirklich ein sehr komplexes Spiel. Das macht ja auch den Reiz von dem Spiel aus. Ach, diese Musik. Eins weiter, bitte. Sehr gut. Hm, ja. So, hier sind wir bei 1370. Wie schaut's mit den Gebäuden? Oh ja, noch 50 Tage. Gut. Und ich werde dann demnächst mal auch mit dem Stream aufhören und in den Quatsch-Modus gehen. So, Kriegsgrundkriegen die Matla Zinska haben wir verloren. Ne, wir haben einen. Okay. Na, von mir aus. Und dann Erhobungskriegsgrundkriegen die Kalisko. Warum denn? Ach, weil wir hier eine Kolonie etabliert haben, glaube ich. Deswegen, oder? Aber die haben wir doch schon länger. Merkwürdig. So, wie schaut's hier aus mit der Integration? Da sind wir bei... 16%. Boah, das dauert auch ewig, aber gut. 16%, dann ist das so. Hab grad keine Zockerphase. Schlafe viel zu wenig. Ne, schlafe viel zu viel. Wegen dem Training für das kaputte Beinchen. Verstehe, ja? Dann ist das halt so. Die Zeiten kommen schon wieder. Frankreich hat Iora den Krieg erklärt. Iora wird wahrscheinlich hier unten irgendwo sein. Schätze ich mal, oder? Ich schau einfach mal, ob die hier Krieg haben. Mit Iora. Ja. Haben wir nur übersehen. Das ist Iora. Okay. Das ist uns nur recht. Solange Frankreich hier in Australien Krieg führt, kommen sie nicht auf die Idee gegen uns Krieg zu führen. Also das kann uns nur recht sein. So, was ist hier los? Die Pfalz hat sich eine Koalition gegen uns angeschlossen. Da müssen wir gleich mal gucken, wie schaut es denn aus mit der Koalition. Aha, hier. Das komplette Heilige Römische Reich macht hier Stress. Ruhm für die Trastamare-Dynastie. Gelehrte haben uralte Dokumente entdeckt, die den Stammbaum unserer noblen Trastamare-Dynastie bis zu Julius Cäsar selbst zurückverfolgen lassen. Dies muss zu unserem Vorteil ausgenutzt werden. Stärkt den Drohnen, wir bekommen Legitimität oder macht diese Erkenntnis im Auslandspublik. Wir bekommen Prestige. Auch das ist wieder so eine 50-50 Sache. Auch da würde ich gerne euch fragen. Legitimität bringt uns weniger Unruhe, besser diplomatische Reputation und so weiter. Und Prestige bringt uns bessere Moral für die Truppen. Ja, Loyalitätsgleichgewicht, Beziehungen verbessern wird besser. Also für was seid ihr? Wir sollten den Drohnen stärken, Legitimität, oder wir sollten das im Auslandspublik machen. Ihr dürft auch gerne raten. Also wenn ihr keine Ahnung habt, was wirklich, wirklich besser ist. Was ist euer Gefühl? Schreibt einfach rein, was ist euer Gefühl. Wie ich gesehen habe, existiert Ming hier noch. Ähm... Ja, tatsächlich, tatsächlich. Blackslack. Ming existiert und ist ziemlich groß, wie es ausschaut. Hätte ich da was dagegen machen sollen, oder warum schreibst du das gerade? Moral stärken. Okay, die Moral stärken. Das wäre dann, es im Auslandspublik machen. Dadurch wird das Prestige gesteigert. Kernprovinzen in Genua haben wir demnächst. Das ist gut. Die anderen Kernprovinzen, glaube ich, haben wir schon. Von den anderen Gebieten hier. Wir haben hier noch ein bisschen mehr erobert. Ja, die beiden hier. Hier haben wir schon eine Kernprovinz. Ja, dann mache ich das doch. Also wir machen es im Ausland publik. Und haben doch durch mehr Prestige. So, die Gebäude sind gleich fertig. Ich schaue nochmal ganz kurz. Wir sind jetzt bei 1413. Ja, das steigt. Jetzt sind wir bei 1500. Es steigt tatsächlich. Es steigt an. Gut. Normal implodiert Ming nach ca. 50 Jahren in kleinere Staaten. Ui, okay. Das ist interessant. Ha, die Points. Richtig. 3277 Vorlesungsstunden hast du schon zusammen. Das ist ja fantastisch. Respekt. Bei Braunschweig gab es einen Frieden. Braunschweig akzeptiert Friedensvertrag mit Russland. Zu folgenden Bedingungen. Braunschweig wird gezwungen sein, Russland jeden Monat Kriegsreparationen zu zahlen. Ja, wahrscheinlich waren die verbündet mit Norwegen. Und Russland hatte einen Krieg gegen Norwegen. Ich schätze mal, dass das so zusammenhängt. Was schreibt ihr denn jetzt alles hier? Ich komme gar nicht mehr mit. Bene hat 3.269 Vorlesungsstunden. Das ist knapp. Wir sind jetzt sehr nah zusammen. Das ist sehr, sehr knapp. Es sind nur 8 Punkte Unterschied. Also das ist wirklich krass. So, was wollte ich denn jetzt noch machen? Ich wollte das hier erobern. Das ist klar. Wir haben einen eingeborenen Aufstand. Da müssen wir uns drum kümmern. Aber den haben wir schon besiegt. Okay, das passt. Haben wir schon besiegt. Ne, wir bleiben hier stehen um mobil zu bleiben. Wir wollen mobil bleiben. So, also die Sache ist die. Da wir ja dringend mehr Truppen brauchen und viel Geld haben. Und ich jetzt das noch nicht einsehe, hier so viel Geld zu zahlen. Wir lassen das hier erstmal ein bisschen verbreiten. Würde ich fast vorschlagen. Wir machen es so, dass wir noch ein paar Gebäude bauen. Und da dieser Übungsplatz ja dafür sorgt, dass wir auch mehr Rekruten bekommen, bauen wir hier noch ein paar. So, sehr gut. Haben wir unser Geld gut investiert, glaube ich. Um uns schnell wieder fähig zu machen, zu interagieren, weil Österreich wird uns irgendwann angreifen. Wir aber, wie gesagt, versuchen mal wieder öfters ranzuschauen. Ja, das würde mich sehr freuen, gesagt. Ich sehe dich sehr gerne hier bei uns im Chat. Sanni, die Vorlesungsstunden sind Punkte, die kriegst du einfach beim Zuschauen. Wenn du hier zuschaust, du musst nichts dafür machen. Wenn du hier zuschaust, bekommst du Vorlesungsstunden. Ihr seht unten am Chat, also am unteren Bereich des Chats, seht ihr so eine kleine Fiole, so eine Forschungsfiole. Und da steht, wie viele Punkte ihr bekommt. Das müsste ich tatsächlich auch mal überarbeiten, weil da sind noch ein paar Sachen drin, die eigentlich gar keinen Sinn mehr machen. Da könnt ihr eine besondere Nachricht, ihr könnt besondere Sounds freischalten. Genau, ihr könnt eine Aktion im Spiel verbieten für 3000 Punkte. Das scheint mir doch ein bisschen teuer zu sein, oder? Eine Umfrage vorschlagen und so weiter. Also da könnt ihr coole Sachen machen. Mit den Punkten, wenn ihr sie einsetzen wollt. So, ich werde jetzt vielleicht dieses Jahr noch zu Ende spielen. Außer es passiert etwas Großes. Oh nein, das ist wieder eine Revolte. Hier oben. Aber das sind zufälligerweise unsere mainländischen Truppen schon. Ich glaube, da müssen wir denen aber trotzdem helfen. Nein? Ich wollte den anderen. Genau. Da müssen wir denen trotzdem helfen, weil das werden sie nicht alleine schaffen. Im Pavia. 20 Jahre spiel ich, wie gesagt, noch zu Ende. Bis 1617. Wenn nichts Großartiges jetzt passiert. Okay. Genua bekommt einen Kardinal. Corsica bekommt einen Kardinal. So, dann kommt ihr bitte wieder zurück. 167 diplomatische Punkte haben wir jetzt. Eine Kolonie ist wieder mal selbsterhaltend. Die hier. Gut, können wir hier weitermachen? Ja, wir bräuchten hier tatsächlich einen Entdecker, der uns das hier freischaltet. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Wisst ihr, was wir dann machen? Erstmal sorgen dafür, dass die hier mal landen. Sonst kriegen die irgendwann mal Probleme. Und dann werden wir tatsächlich hier weitermachen. Hier oben. So. Dafür müssen wir den aber dann da runter schicken. Gut. Du marschierst mal dorthin. So. Sind da gar keine Truppen mehr drauf? Doch, da sind noch Truppen drauf. Wäre sonst auch zu traurig. So. Reparieren müssen wir euch nicht unbedingt. Ihr seid nicht so stark beschädigt. Dann geht ihr hierher, um die dann rüber zu holen. Erdbeben in Europa. Was? Und wie ich sehe, bist du dir treu geblieben und streamst nicht im Unterhemd. Finde ich gut. Haha, ja. Ich bleibe immer treu, gesagt. Da könnt ihr euch sicher sein. Erdbeben in Europa zum Beispiel. Ja, aber ich glaube, das gibt es hier in dem Spiel nicht. Also habe ich zumindest noch nicht gesehen. Öfters mal kommt ein Komet. Aber es gibt kein Erdbeben. Der Komet bedeutet, dass er dann die Stabilität abnimmt. Im Moment sind wir bei Stabilität 3. Wie alt ist unser König eigentlich? Unser König ist 36. Ja, das ist... Der ist noch frisch. So, können wir den hier vielleicht mal tauschen? Ja, aber das bringt uns alles nichts. Na gut. Ich hätte nämlich gerne nochmal mehr diplomatische Reputation, um die Integration schneller zu machen. Wir sind hier bei 21,7 Prozent. Der Bildschirm hat eben eine Weile gewackelt. Ach, das sah so aus. A verstehe. Ja, das ist so, wenn ich in OBS reintappe, dann mag das Europa-Universal das irgendwie nicht. Und dann wackeln die so komisch. Aber ich muss ab und zu mal nach OBS rüber tappen, zum Beispiel um den Stream, also um den Chat gut lesen zu können. Ja. Ist einfach so. Geht nicht anders. So, Entdeckungen, Entscheidungen, das interessiert uns alles nicht. Es ist Oktober. Im Moment ist es hier ruhig. 16.000 Männer brauchen wir noch. Damit unsere Armeen wieder voll sind. Und dann wird es hier nach oben ticken. Und sobald es hier nach oben tickt, werde ich anfangen neue Soldaten zu rekrutieren. So, kurzer Sprung nach Südamerika. Das Schiff ist inzwischen da. Sehr gut. Dann bringst du unsere Männer bitte hier rüber. Ja. Damit wir hier noch ein bisschen was abgreifen können. Wir könnten hier eigentlich Krieg erklären. Gegen die zum Beispiel oder so. Aber, ne. Die sind ja unsere Vasallen. Das wäre ja nicht gut, wenn wir gegen die Krieg führen würden. Ja. Hier gibt es demnächst eine Annexion, wie es ausschaut. Äh. Warum kriegen die denn dieses Gebiet hier nicht? Die müssten doch dieses Gebiet hier kriegen. Das ist komisch. Das gehört doch auch zum Kolonialgebiet, oder? Ach, verdammt. Mist. Das gehört zu Kolonial Brasilien. Und da das zu Kolonial Brasilien gehört. Ah, hierher könnten wir weitermachen. Hier hätten wir weitermachen können. Ach, da muss ich sogar weitermachen. Moment. Kommando zurück. Äh. Den müssen wir wieder... Haben wir den? Ist das der hier? Ne, der hier. Den müssen wir wieder abberufen. Das macht unser Land hier schon selber. Den müssen wir abberufen. Den müssen wir zurückschicken. Wo sind die? Da. Kommando zurück. Wir müssen hier weitermachen. Wir müssen dringend hier weitermachen. Weil sonst wird das hier keine Kolonialnation. Und das. Wir brauchen hier dringend eine Kolonialnation. Äh. Hallo. Wo kann ich das denn hier nicht machen? Die Kolonie ist zu weit weg. Das gibt's doch nicht. Die kann nicht zu weit weg sein, weil das hier auch eine Kolonie ist. Oder muss ich die jetzt wirklich zur Kernprovinz machen? Oder wie? Kann ich aber gar nicht. Also irgendwas stimmt jetzt hier gerade nicht. Die nächste benachbarte Provinz, Rio Branco, hat keine Verbindung zu unserer Hauptstadt. Ach komm. Das gibt's doch nicht. Können wir hier hin? Auch nicht. Mist. Können wir das an Comasa, die Kakao, abgeben? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Oh nein. Okay. Dann müssen wir doch wieder da hoch. Dann haben wir da einfach so eine Provinz. So eine komische, die wir nicht brauchen. Hast du schon Millenia gespielt? Ist wohl auch vom Paradox, aber wohl mehr wie Civ. Ja. Können wir gleich im Quatschmodus drüber reden. Können wir gleich im Quatschmodus drüber reden, weil wir gehen gleich in den Quatschmodus. Ich werde dieses Jahr, wie gesagt, noch zu Ende spielen. Und dann gehen wir in den Quatschmodus. So, hier erobern wir Maidan zurück. Ne. Was ist denn das jetzt hier? Galeone, Galeone. Was ist das hier? Das sind auch nochmal Galeonen, oder? Ja. Komisch. Achja stimmt, ich habe ja vier gebaut. Das ist alles richtig. Großbritannien macht irgendwelche Spionage-Aktionen. Ahja, das geht nicht, weil wir die erst aus der Versenkung herausholen müssen. Jetzt können wir sie verbinden und dann können wir sie alle in die Versenkung schicken. So, unsere Gebäude dauern noch. 30. 31. 31. Januar. So ist es. Gut, 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 gut. Was steht an? Also was ansteht ist, wir müssen hier definitiv ein paar dieser Vasallen hier annektieren. Oder assimilieren, oder wie auch immer man das nennen will. Vielleicht nehmen wir auch als nächstes mal Orléans. Ich glaube, Orléans geht auch, gell? Ja, sobald uns Orléans noch mal ein bisschen mehr mag, geht das auch. Damit wir mehr diplomatische Punkte bekommen. Dann werde ich hier das hier freischalten, diese Einflussideen, dass die Annexion billiger wird. Ich hoffe, das kriegen wir bald hin. Im Moment steht 1620 da, also in drei Jahren wäre es soweit. Das hört sich doch gut an, oder? Ich weiß nicht, ob das nicht eine falsche Anzeige ist. Wir bekommen ja nur zwei Punkte pro Monat. Und ich glaube, da wird nicht abgezogen, dass wir vier für Yoko Tan benutzen. Ich glaube, das wird nicht abgezogen. Ja. Genau, das muss man als nächstes machen. Und dann werden wir irgendwann auch Portugal integrieren. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich gehe jetzt in den Quatsch-Modus. wir gehen in den Quatsch-Modus. Da серين viel? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.